Mein Begriff ist groß, manchmal aber auch klein und führen über Flüsse, Sees, Meere manchmal. Der ist so Holz, da muss man einfach laufen, da unten ist Wasser, weil sonst würden alle Autos ins Wasser fallen. Wir können ja nicht über Wasser laufen und wir möchten auch nicht nass werden, da kann man dann über den Begriff rüber gehen. Oder auch mit dem Rad fahren. Und Züge können da auch über manche drüber fahren, da sind dann aber auch Schienen. Da ist so ein Riesen, wie ein Regenbogen, aber es ist nur rot. Die Begriff, die über den Rhein führt, das ist mein Liebling.